Also das Besondere an dem Mitternachtsball ist glaube ich für mich, dass man wahnsinnig viele verschiedene Musicals hat und so wahnsinnig viele großartige Stars auch tatsächlich mal sehen kann. Was mich jetzt schon total glücklich gemacht hat, ist Thomas Borchardt als Dracula zu sehen, weil das ist, was man glaube ich so vielleicht nie wieder erleben kann. Und die gesamte Vielfalt, das Spektrum ist absolut großartig.